Der Fluss der Zeit lässt sich nicht aufhalten. Wir alle werden älter. Unterwegs können wir nicht alles beeinflussen. Die finanzielle Absicherung im Alter schon. Aber wie? In Österreich wird gerne traditionell vorgesorgt. Das birgt aber auch Risiken. Die Sozialversicherung deckt zwar die Grundversorgung, die Differenz zwischen dem letzten Einkommen und der Pension aber wächst. Klingt komisch. Langlebigkeitsrisiko. Wir wünschen allen ein langes Leben und dafür genug Ersparnisse. Es gibt kaum mehr Zinsen. Die Inflation aber bleibt. Und der Kaufkraftverlust bedroht die Ersparnisse ebenfalls. Eine Lösung ist die fondgebundene Lebensversicherung. Eine Mischung aus Anlegen und Versichern. Die Sozialversicherung wird durch eine private Pensionsvorsorge aufgestockt und die Lücke zwischen staatlicher Vorsorge und tatsächlichen Lebenskosten verkleinert. Bei Ableben, schweren Krankheiten und bestenfalls einem sehr langen Leben ist man versichert, kann aber gleichzeitig die langfristigen Renditen der Anlage annehmen. Um für den Ruhestand vorsorgen zu können, zählt Durchhaltevermögen. Das wird durch die Laufzeit einer Versicherung unterstützt und zusätzlich noch durch den Steuervorteil belohnt. Denn im Rahmen einer Versicherung fällt keine Kapitalertragssteuer auf die Erträge an. Mit einer klassischen Lebensversicherung kann man Geld ohne Risiko anlegen. Mit einer fondgebundenen Lebensversicherung kann man jedoch die Chance nutzen, an den Kapitalmärkten einen höheren Ertrag zu erwirtschaften. Wertpapiere bzw. Aktien werden in Österreich jedoch meist mit Spekulation verbunden. Dabei sind Aktien die einzige Möglichkeit, an Unternehmen und Branchen und damit an der volkswirtschaftlichen Entwicklung eines Landes teilzuhaben. Historisch betrachtet gleichen sich kurzfristige Wertschwankungen bei langfristiger Veranlagung aus. In der Ansparphase wird Kapital aufgebaut. Dafür stehen bewährte Strategiefonds zur Auswahl. In dieser Phase ist Risikoabsicherung essentiell. Frühzeitiges Ableben, eine schwere Krankheit oder Berufsunfähigkeit können finanziell abgefedert werden. In der Verrentungsphase zahlen wir eine monatliche Pension aus. Ein Leben lang, egal wie alt man wird. Zusammengefasst. Vorsorge ist mehr als Veranlagung. Die Vorteile Langfristigkeit, Steuervorteile und Risikoabsicherung sind entscheidende Elemente einer guten Vorsorgelösung. Die fondgebundene Lebensversicherung von UNIQA verbindet den Auftrieb aus den Kapitalmärkten mit der Stabilität einer Versicherung. Genau richtig für Anleger, die eine ertragsorientierte Vorsorge wünschen und auch bereit sind, Risiken einzugehen. Für sehr sicherheitsorientierte Anleger gibt es die klassische Lebensversicherung von UNIQA. Besprechen Sie mit Ihrem Berater Ihre persönliche Lebenssituation und starten Sie jetzt mit Ihrer Vorsorge. Seiden Sie mit Ihrem Berater 나�or forum Miami-Broatien. ATIR